Vorsichtig klebe ich die letzte Zigarette an die restlichen. Über 80.000 Zigaretten hat das Projekt verbraucht. Und mein Haus steht. Man hatte mir damals als Kind gesagt, dass, wenn ich nicht rauche, ich mir jeden Tag eine Schachtel spare und schließlich ein Haus davon bauen kann. 4.000 Schachteln Zigaretten und über 10 klassische Jahre später stehe ich vor den Früchten meiner Sparsamkeit. Ein Haus vollkommen aus Zigaretten. Fast alles in dem Haus besteht aus Zigaretten. Die Wände, Böden, die Decken, das Dach, sowieso. Aber auch die Tische, Stühle, die Gläser und alles weitere. Es ist schön. Ich gehe durch das ganze Haus und überall ist es so, wie ich es immer haben wollte. Es ist gut. So soll es sein. Ich lege mich in das Bett. Ich schlafe. Ich träume von meinem Haus, wie es mich umarmt und lieb hat. Ein gutes Haus. Als ich wieder aufwache, gehe ich Kaffee holen. Einer der vollautomatischen Zigaretten, Kaffee, Alkohol, Kokain, Amphetamin, Steakautomaten ist zum Glück direkt an meiner Straße aufgestellt. Ich werfe eine Münze rein und bekomme einen warmen Becher mit dem schwarzen Gold. Ich meine Kaffee, nicht Öl. Der Automat bedankt sich. Ich spucke ihn an. Tradition ist wichtig. Als ich wieder zu meinem Haus will, steht dort eine Frau. Sie schaut zum Haus. Sie wirkt fasziniert. Ich gehe an ihr vorbei. Stopp! ruft die Frau. Ist das Ihr Haus? Ich nicke. Haben Sie das gebaut? Ich nicke. Wohnen Sie darin? Ich nicke. Es ist toll. Ich nicke. Sie sagt nichts mehr. Ich gehe in das Haus rein und trinke auf meinem Zigarettenstuhl genussvoll meinen Kaffee der Marke Überlauf 3000. Danach fange ich an zu arbeiten. Ich gehe zu meinem Computer. Auch wenn das Gehäuse komplett aus Zigaretten besteht und auch der Rahmen des Bildschirms, konnte ich manche Teile nur mit verbesserter Technikmagie auf Level 3 und nicht allein mit Zigaretten betreiben. Alles hat seine Grenzen. Es ist Zeit. Ich gehe auf verschiedene Buchportale und gebe schlechte Rezensionen zu guten Büchern und gute Rezensionen zu schlechten Büchern. Ich bin ein staatlicher Ausgleicher. Ich sorge dafür, dass nichts zu sehr aus der Reihe fällt, sondern alle Bücher ungefähr gleich gut sind. Manchmal muss ich mehrere Rezensionen für ein Buch verfassen und besonders den schlechten oder guten Versand herausheben, aber zum Glück passiert das nur selten. Die meisten Bücher werden weder bewertet, noch gekauft, noch besprochen. Eigentlich existieren sie gar nicht wirklich. Ich schreibe erst eine negative Rezension zu einem Handbuch, wie man sein Kind fachgerecht misshandelt. Dann eine sehr positive Rezension zu einer Museumsbroschüre aus dem Vorjahr. Welches Museum? Natürlich das staatliche Museum. Alle privaten Museen verblassen und werden mittlerweile systematisch verfolgt und hingerichtet. Irgendwann stehe ich auf und will auf die Toilette gehen, denn der Kaffee flüstert mir zu, dass er wieder zurück in den Kreislauf und dort verarbeitet werden will. Als ich aufstehe, sehe ich durch das zugige Nichtfenster mit Zigarettenrahmen die Frau, die immer noch dasteht. Sie bewundert mein Haus. Ich verstehe das. Auch später, nachdem ich längst mit der Arbeit fertig bin, steht sie immer noch da. Immer wenn ich hinsehe, schaut sie zu dem Haus. Sogar als die Parade der Kugelhänder wie jeden Tag um 18 Uhr stattfindet und sich die meisten Leute in ihren Häusern verstecken, um dem Lärm zu entgehen, steht sie da und ihr scheint es auch nichts auszumachen, von den Kugelhänden belästigt, angegriffen und nach dem Weg gefragt zu werden. Eine taffe Frau. Die Kugelhände sind irgendwann weg und ich gehe nach draußen, erst um Kaffee zu holen, aber dann überlege ich, vielleicht will sie auch in meinem Haus wohnen und wir können eine Beziehung führen. Also die Steuern teilen und die anderen Steuern kann man auch mit seinem Partner teilen. Das würde mich glücklich machen. Ich spreche sie an. Sie finden das Haus toll? Sie nickt. Würden sie gern darin wohnen? Sie nickt. Wollen sie sich durch eine Beziehung Steuern mit mir teilen? Sie nickt. Wir sind jetzt zusammen. Sie nickt. Staatlich gefordert ist zumindest ein Kuss. Also bringe ich das hinter mich. Es ist gar nicht so eklig wie gedacht. Und dann folgt sie mir in das Haus. Keine zehn Minuten später kommen tatsächlich die Steuereintreiber. So wie jede Woche wollen sie sich den Zehnt holen. Sie klopfen so brutal an meine Tür, dass sogar Tabakkrümel auf dem Boden ist. Schnell laufe ich hin. Vor mir stehen zwei große Männer mit langen Bärten. Wie üblich hat nur einer eine Zunge, um Geld zu sparen. Sie müssen ihren Zehnt abgeben. Sie müssen ihren Zehnt abgeben. Nein. 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 Ich bin in einer Beziehung. Ich zölge in das Haus hinein und auf die Frau, die gerade fasziniert die Zigaretten ansieht. Beide schütteln genervt den Kopf. Der Staat wird Beziehungen irgendwann verbieten. Wegen Leuten wie ihn und allen anderen. Ich gehe zu meinem Schreibtisch, hole eine Münze, drücke sie dem Sprecher in die Hand und wünsche noch einen schönen Tag. Es ist ein gutes Gefühl, endlich in einer Beziehung zu sein. Wenn ich das noch früher gewesen wäre, hätte ich vielleicht viel schneller mein Haus bauen können. Sie scheint auch ziemlich pflegeleicht zu sein. Sie sitzt einfach da auf dem Boden und starrt an die Wand, schaut sich um. Sie sagt nichts, aber in ihren Augen ist ein Funkeln. Irgendwann essen wir zusammen. Natürlich zahlt sie mir auch ein Obolus. Es gibt Fischaugengrütze. Wie jeden Tag. Am Abend sitzen wir zusammen vor meinem Fernseher und schauen Clips von Leuten, die sich gegenseitig kastrieren. Zumindest besteht sie nicht darauf, mit mir zusammen im Bett zu liegen und rollt sich neben mir auf dem Boden zusammen. Platzsparend. Effizient. So hatte ich mir immer eine Beziehung vorgestellt. Kurz bevor ich einschlafe, flüstere ich, ich liebe dich. Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist sie nicht mehr im Zimmer. Und ich rieche Rauch. Ich springe auf und renne aus dem Schlafzimmer und da steht sie mit einer Zigarette in der Hand. Angezündet. Kurz darauf sehe ich auch die Stelle, aus der sie sie entfernt hat. Hör auf damit! Sie zuckt zusammen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sie drückt die Zigarette in ihrer Hand aus und klebt den kläglichen Rest wieder zurück an die Stelle. Zum Glück hat das Haus nicht an Stabilität verloren. Noch einmal und du bist weg! Ich liebe Zigaretten. Was soll ich denn machen? Kurz überlege ich, dass ich sie rauswerfen sollte, aber unsere verhältnismäßig lange Beziehung kann ich nicht aufs Spiel setzen. Und nicht, dass ich mir zahlen muss, wenn die Steuereintreiber wiederkommen. Eine Chance hast du noch, sonst fliegst du hier raus. Sie nickt ängstlich. Sie wollen, dass ich rauche. Eine Chance! Dann gehe ich raus, um meinen Kaffee am Automaten zu holen. Jemand, der mein Haus wegraucht, hat mir gerade noch gefehlt. Während der Arbeit bin ich immer wieder abgelenkt und beobachte sie und höre, wie sie flüstert. Anscheinend redet sie mit sich selbst. Solange sie nicht mein Haus wegraucht, kann ich zufrieden sein. Irgendwann legen wir uns hin. Ich werde wach von einem starken Geruch nach Rauch. Ich stehe auf und sehe sie. Sie raucht. Vier Zigaretten auf einmal. Mein Haus wirkt viel instabiler als vorher. Wenn sie wenigstens Zigaretten kaufen würde aus dem Automaten. Aber mir wird langsam klar, dass ich wahrscheinlich einer Heiratsschwindlerin aufgesessen bin. Eine Hausraucherin! Hör auf! Ich muss rauchen. Ich gebe ihr zwölf Schellen, links und rechts, und packe sie und kette beide Hände mit Zigarettenhandschellen zusammen. Das war's! Sie weint. Ich gehe schlafen. Es ist kalt, als ich auf den Boden falle. Unter mir verschwinden die Zigaretten. Eine Sekunde lang orientiere ich mich und sehe, wie mein ganzes Haus auseinandiert und sich neu formiert. Und da ist meine Frau. Und sie lacht, lacht so schäbig. Ihre Hände sind frei. Ich sehe zu, wie sich eine riesige Gestalt bildet. Nur aus Zigaretten und meine Frau auf ihre Schulter setzt. Gemeinsam gehen sie in Richtung der aufgehenden Sonne. Mein Haus! Hätte ich die Zigaretten nur mal geraucht. Hätte ich die Zigaretten nur mal geraucht. Hätte ich mich überachten! Hätte ich...